Eine Rechtsanwältin aus Korneuburg. Diese Rechtsanwältin ist ja sehr, sehr gut. Sie macht gar nichts. Sie macht gar nichts, das weiß ich ja. Komm ich hin und frag sie ja. Hat der Staatsanwaltschaft was ermittelt? Sagt sie gar nichts hat er ermittelt. Warum sind wir heute da? Sagt sie wenn ich übernacht, ja. Und ich sage zu ihr, ich, der Übernacht ist ja ja nur ein kleines ja ja ja. Aber der Anzeige ja gegen die Diefsteine ist ja viel schwerer ja. Sagt sie nein sogar. Nein? Warum denn nur, warum denn nur? Frag ich mich da nur. Die Anwältin ja, die machte gar nichts ja. Sie, 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 sie brauchte nur, ja, ja. Noch schauen, ja, ja, ja. In, 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 in Buch, ja, ja. Wo alle stinnte sogar. Aber sie machte gar nichts, ja. Warum denn nix? Warum denn nix? Denn sie wollte nur mein Geld auch, ja, mein Geld, was mir gehörte, ja. Das bezahle ich, ja, so viel, ja. Ja, ich glaubte, sie vertrat mich, ja. Aber sie hatte nichts davon im Griff. Sie wollte mich nie verteidigen, sondern mich ums Ohr hauen. Warum, warum, warum? Was macht die nun? Die kann, die ganze Tag. Ich bin, hab eine Protest, das ist mir klar. Wir gehen rein zum Richter, ja. Der Richter hat mit ihr alles abgesprochen, ja. Sie machen alle mit sogar. Richter, Staatsanwälte, alle machen mit, alle machen mit. Auch, auch der Gegner, der Gegner macht mit. Und die Rechtsanwälte, da, der machen alle, ja. Und was machen sie? Meine Rechtsanwältin, ja, sie schweigt überall, ja. Sie bringt gar nichts heraus, was ich hab ihr erzählt, was alles, ja, passierte, ja. Sie macht gar nichts, ja. Warum macht sie auch nichts? Sie kriegt woanders Geld her. Sie ist bestochen, genauso wie der Richter mehr. Und jeder macht es her. Nur seine ganze Börse, ja. Sie, und sie hat ja zu mir gesagt, wir fangen ja mit tausend Euro an, und dann gehen wir herauf, so dann. Aber sie machte gar nichts dann. Sie bleibt bieten tausend dann. Warum macht sie nichts? Sie fragte nicht mal, wo er das Geld, woher, hätte. Für seine Auto, oder für einen Markt, ja. Oder für das, das, oder das und das, da. Sie fragte gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Sie fragte nicht einmal, ob er Schulden hat, ja. Sie fragte gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts, was, ja. Warum nur, warum denn nur? Sie brauchte nur in dem Grundbuch nachsehen, ja. Dann hätte sie gesehen, was der andere alles Schulden hatte, sehr. Aber sie macht nur, nur eins. Sie betrugen mich, ja, ja. Sie wollte nur mein Geld haben, ja, ja, ja. Und mein Gewinn aufteilen, ja. Aber sonst hatte sie nichts in Sinn. Und dann, und dann am Schluss machte noch, machte Richter, ja, und sagte, wir machen den Vergleich sogar. Und wir Anwälte, sie schaut nur, ja. Jeder unterschreibt sofort alles, ja. Wir stoben sie hin und sagt zu mir, unterschreiben sie bitte hier. Und ich sagte, sie wollten einen Vergleich. Am Vergleich, sagen sie, am Vergleich, das ist so wie gar nichts, wieder wie. Auf einmal sagt der Rechtsanwalt vom Gegner, Sie haben verloren, oh, ja. Ich habe verloren, brauche ich nichts unterschreiben, ja, sagte ich. Und da sagt der Richter, ja. Wenn sie nichts unterschreiben, ja, dann sperre ich sie gleich ein, dann bleiben sie gleich da. Was? Er will mich einsperren, ja. Dann fragte ich die Rechtsanwältin, ja. Kann der Richter mich einsperren, ja? Sie sagte, ja, er kann mich einsperren, ja. Ich soll lieber unterschreiben, sonst bleibe ich hier sogar. Ui, 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 ui. Dann fragte sie so, ja, was unterschreibe ich da? Sie sagte, nur, ich darf nicht sagen, ja, dass er ihm das mir gestohlen hat, ja. Oho, darf ich nicht sagen. Okay. Und dann geht's weiter mehr. Ja, dann sag ich, was ist mit dem Anzeigejahr, wo ich ihn angezeigt hat, oh, ein Diebstahl, ja, das ist viel schwerer als über eine Nachricht, ja. Da sagte sie, das ist der neue Prozess, der kommt später, vielleicht in einem Monat, ja. In einem Monat kam auch nichts, das ist mir heute schon klar. Und der Richter sagte, schauen Sie auf die Uhr, Jede Stunde kostet ein Geld, und das bezahlen sie. Und sie gehen wir nicht raus, bis sie das unterschrieben haben. Und wenn ich nicht unterschreibe, dann sperren mich gleich eine Woche ein. Und die Rechtsanwältin, die sagte gar nichts. Sie sagte, wir unterschreiben ja endlich hier, sonst gehen wir nicht vor dieser Tür. Ja, ich ganz alleine, keine hilft mehr, ja. Die Rechtsanwältin hat sich seitlich gewechselt, ja. Ich alleine gegen alle, ja. Und alle wollen nur mein Geld haben, ja. Und ich frag mich, ja, 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 das ist ein Prozess in Österreich, ja. Ha, in Österreich, glaubst du das wirklich, dass das ein Prozess sein soll? Der Staat, der österreichische Staat, sagt normalerweise, jeder kriegt einen fairen Prozess, fairen Prozess, fairen Prozess. Was ist das, ein fairer Prozess? Das ist ein fairer Prozess? Was ich auch erlebt habe, ja? Na, sicher nicht, ja. Und dann, und dann dachte ich mir daran, nein, sperren höre ich auch nicht dran. Dann unterschreibe ich, ein Kraxel, Kraxel hin. Auf einmal sagt der Richter, ja. Er stirbt, ja. So, so, so bald sogar. Boah, ich sterbe schon. Was hat denn der Richter, ja? Hat er einen scharfen Locker, ja? Oder was, oder was? Was weiß er, was ich nicht, ich weiß. Ja, er hat ins Spital nachgefragt und im Spital auch noch gesagt. Und da hat er die Antwort, ja, gekriegt, dass er, dass ich sterbe, ja, bald wegen der Chemo, ja. Der Krebs hat mich an mir genagt. Der Krebs wollte mich ins Grab bringen, ja. Aber ich war schlauer als er sogar. Und der Richter hat gefragt Und hat sich nur gesagt Der Mann stirbt ja sowieso bald. Haha, dann beklauern wir, dann beklauern wir, dann haben wir ausgesorgt dafür. Dann geht's uns wieder wirklich gut mit Millionen, ja. Geht's uns alle wunderbar. Ja, ja, ja. Und darum hat er mich betrogen. Ein Richter, ein Richter, ja, ja, ja. Der wird von Österreich bezahlt und nimmt auch nicht noch was nach Saar. Das ist ein Richter, ja. Ho, 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 ho. Und erst einmal hätte der Prozess nie stattfinden dürfen. Warum nicht, warum nicht, warum nicht, ja. Wenn der Typstall geht in Millionen, ja. Und ein Bezirksgericht darf nur 30.000 von 30.000 verarbeiten. Und da, wenn's mir nur Millionen geht, muss das Landesgericht zuständig sein. Aber das, das macht, das ist ein Sinn. Sie interessiert den nur so nicht. Ja, sie hatten ja, sie hatte nur meine Millionen Sinn. Meine Millionen, ja. Wollten sie alle, alle, alle was da sitzen, ja. Ich ganz allein. Und dann passierte noch was, ja. Müdriges Charakter, die stirbe sowieso bald. Dann frage ich mich, ich frage mich, woher das wusste bald. Aber der Gegner, ja, das sagt er. Da schreibe ich auch noch rein, das und das und das und das. Und die Rechtsanwältin sagt, du schreib doch rein, haben doch Platz dazu. Aber was ich unterschrieben hab, war nur ein Lehrerzettel da. Es war nix geschrieben, ja. Nur einen Zettel, ja. Jeder hat Kraxel, Kraxel gemacht. Und das ist die Unterschriften, ja. Das, das wurde kopiert, ja, ja. Später, später wurde irgendwo was kopiert. Aber das hatte nicht eingestimmt mit diesem, was passierte, ja. Und dann sagte die Anwältin zu mir, sie kriegt noch 600 Ja dafür. Ich sagte, warum denn nur, sie haben ja gesagt, ich kriege ihr Geld sowieso zurück, weil ich gestern ihnen zu viel gegeben hab. Jetzt sagte sie, ja, 600 krieg ich extra, ja. Sie haben so lange gebraucht, ja, ja. So unterschreiben, ja. Oh, ich hab schon lange gebraucht dafür. Oh, ja, ja, ja. Aber sie haben mir ja gar nicht geholfen, ja. Sie hätten den Richter sagen müssen, ja. Sowas darf er nicht sagen zu mir, ja. Und sie hatten es nicht gemacht sogar. Sie haben sich mit ihm verbunden, ja. Verbündet, na. Ja, und alles, was hier passierte, hätten sie einspruchen müssen, sagen, so, Herr Richter, das geht jetzt nicht. Und sowas darf man nicht sein. Aber sie machten mit sogar. Warum denn nur, warum denn nur, machen sie auch Geld in nur? Ja, sie haben, ja, 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 alles, alles mitgemacht. Warum haben sie da doch mitgemacht? Ja, sie haben mitgemacht, aber es besser kommt noch dazu, wie ich den Zettel kriege, da verirre ihn nun. Irgendwann kriege ich ja einen Zettel, ja, da stand alles drinnen sogar, aber da fehlt, ja, alles, ja, da fehlt fast alles, ja, aber nur das, was sie wollten reinschreiben, ja, wurde eingeschrieben, ja, und die Unterschriften, ja, wurde kapiert hierauf sogar, aber dann habe ich keinen Einspruch machen können, ja, das kam ja viel zu spät, ja, 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 und das ist die Geschichte, ja, die war es 2010 passierte, ja, und die Rechtsanwältin hat mich übers Ohr gehauen, der Richter alle machen sich um mein Geld Sorgen, ja, dann, gut, wieder schauen.